Die haben die Special Tower? Ja, die Enemy Siege Engines. Oh, da sind das. Schützen die da rüber rennen. Ja, da. Au. Au. Äh, wow. Okay, okay. Meine Leute, klingeln das hin. Ich bin mir sicher. Haben sie davor auch gut gemacht? Ohne meine Hilfe. Vielleicht aber auch nicht, ehrlich gesagt. So, Menge Loot, etwas Influenz und alles. Ja, das Gute ist, wir kommen ja aus jeder Start mit ziemlich viel Zeug hier out, ne? Wir können jetzt Sally outen, oder? So vollständig. Du, 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 hey, hey, hey. Wie wäre es, wenn du mal hilfst dir? So, hier. Breakout. Attack. du hast echt gute sachen ich glaube so wahrscheinlich besser als er hier würde ich behaupten und das ist mir egal das wird sich quasi der der tatsächlich tonangebende anführer sind was sich allerdings nicht ändern was wir irgendwie so gar nicht mehr haben fast das normale infanterie und das was da auch da es kommt mal mit da kommen feinde auf uns zu einer weniger zwei jahren führer oder einer anführer regale alexi der nächste was sie will noch einer einführer mit mir messen hier es sind sie hat echt alle das kein scherz das maus das ist hier hart am spinnen ok wir haben hier ein paar leute die denken sie hätten eine chance das ist auch richtig offensichtlich wir müssen echt ein bisschen aufpassen zugenermaßen wir haben nicht mehr so viel energie unser großer vorteil sind eigentlich die berittenen bohenschützen eigentlich das heißt wenn wir hier jeder wir schaffen ihre ganze kalte aufzureiben ohne dabei die eigenen leute zu verlieren alle aber zu blöd um zu treffen ja gut mit der klebe wäre das gegangen mein gott ja das wird jetzt spannend da hinten also hier versucht mein pferd anzugreifen dieses schwein so dann setzen wir uns doch mal da ein ok da so seiten camper hier hier sind fast so sein dass jetzt eher nicht so klasse leute es sind halt viele das ist meine kleine zufrieden sind halt dass sie leben noch so einfach durch hier ein paar kableristen haben sie auch noch werden hundertplätze ich von irgendeinem stray feil hier gekillt aber ich denke ganz ehrlich ja das sieht gut aus für uns wir sind stärker hoffentlich haben sie gefangen mit die hier okay okay wir haben gewonnen endgültig 20 prozent des lutes gehört uns da wie großartig das ist meine gefangene und du das sind alles amazon frauen hier offensichtlich high king alter oh boy ja es sieht nicht gut aus würde ich sagen es sieht echt nicht gut aus botkin arrows so nur die schilder alles okay irgendwann gab es auch ein level für uns ist unsere armee ist jetzt offiziell aufgelöst so ja 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 jetzt müssen wir gleich mal gucken wo eigentlich unser neues Zettel überhaupt ist so ein ein Punkt den wir äh jinxen können mehr Medizin ist eine echt gute Frage das ist alles eigentlich schon durch hier aber bei weitem noch nicht dann könnten wir footwork haben das hier bringt eigentlich nicht wirklich viel ja mehr Medizin also gut ähm manage nein doctor of the dungeon manage prisoners alle hier rein kann ich mit euch eigentlich reden ich möchte ja in den dumpsten ich weiß gar nicht ob ich mit denen irgendwie interagieren kann sinnvoll heißt das so also das gehört jetzt wieder uns so wo ist die ominöse Stadt die uns gehört was zur Hölle ähm ach hier oder ja also es ist doch eigentlich alles hier so in der Ecke naja könnte schlimmer sein äh wir laufen jetzt hier rüber also wir brauchen dringend mehr Truppen ich hoffe dass ne die einen sind jetzt eigentlich besiegt die anderen haben jetzt noch eine äh eine einzige Behausung würde ich schon sagen ne hier kriegt eure Scheiße nicht zurück vergesst es ok der hat da die Leute schon geklaut ok wir gehen mal hier rüber und werden uns diese Queerien Leute hier holen hoffentlich äh da nutzt hier niemand über den Weg sehr lang langsame Forest Bandits schickt die Truppen rein siehst du mal ein gutes Zeug ok rekrutieren Black Code initiiert Black Code Sacrifice das sind bestimmt irgendwelche voll bösen Leute hier von denen habe ich echt gar keine Ahnung von denen habe ich noch nie was gehört so das waren ja auch die glaube ich die Bären Leute ja Kohorik mal die zwei Dörfer hier noch ab dann machen wir noch Abstrich hier an die Stadt da links scheint dass wir nur Level 1 und 2 also quasi nur die ersten zwei Spalten kritisieren können hm wer zur Höhle ist denn Mondon Mondon Dothraki Horde Stonecrow ist das Tremisman Hunter Savage ich denke damit sollten wir klarkommen wir kämpfen wir kämpfen und zwar richtig können ich genug Gefangene haben so äh Rittenerbogen schwitzen angreifen Cavalry mir folgen ja das steht genauso wie er stehen sollte die haben ja keine Cavalry also könnte das ja relativ einfach sein aber auf jeden Fall ein paar Schützen ich denke mal ich denke mal diese Hunter sind Schützen wo sind sie da hinten sind sie oh ja sieht sehr nach Forest Bandits aus irgendwie ok wir haben mal die Cavalry hier hin und werden die Cavalry dann jetzt da drauf schicken aber die Schützen hier sind echt die gefährlichsten noch bei dieser Sache ja deswegen weil sie mich bestimmt treffen wenn ich so blöd mir gegen mich die Bäume zu rennen oh wow sie machen echt den den äh den Igel er ist ja richtig so hilft halt ihren Schützen auch nicht wenn sie hier niedergemacht werden das war's schon gute Arbeit Jungs kümmern wir uns mal um diese kleine Meute hier ein Schaden auch passend die haben natürlich die Sperre jawoll jetzt konnten die sich echt noch Mercenaries leisten ich glaube die haben eigentlich nichts mehr die haben keinen einzigen Mann dabei verloren gut einer wurde ausgenockt aber etwas Influence das können wir mal brauchen ja du bist jetzt mein Gefangener hast du gekämpft frei ja ja rekruten den wir gerne mit Gefangene auch natürlich so mehr kamen wirkt fast so als hätten wir genug Infanterie aber ja genau die Noblesse die werden zu den Jungs das ist auch super die der Krupp alle verbessert Rebooter will sich anschließen ich wäre ja sogar gewillt die mitzunehmen wie ist von 2 zu 9 auf Star Wars Shields alles klar ich habe so abartig viel Essen aber naja es wäre auch nützlich ok also hier ich weiß es ist ein Gauner und ihr seid alle böse weil wir nicht rekrutieren aber was soll's so hatte ich euch hier ja schon euch hatte ich hier Drakonis und Teebül da waren wir auch noch nicht ja wir müssen jetzt mal einfach hier durchrennen und rekrutieren ohne Ende und dann können wir mal in unserem ja in unserer Stadt da hinten nochmal vorbeischauen beziehungsweise ob das jetzt eine Stadt ist oder ein Dings war es jetzt aber noch nicht so hundertprozentig ok ja bist aber eine Stadt schauen wir mal ob wir hier irgendwelche hier Söldner rekrutieren können ja nicht verkehrten Turnier gibt es hier auch ja Stone-Groan Tramps machen wir aber auch mit Truppen ja das ist Toad-Follower ja von mir aus tu es und ab zum Turnier achso wir können mal Silbert anschauen was sind wir da eigentlich ach noch bei weitem doch da sind wir schon Jinx mit 13 wo ist der nächste von uns Studio 4 wow wow ok es dauert eine ganze Weile wow irgendwo da ist Kansas was Kansas gewinnt da ist George ok so um die 5 haben sie also immer Kohorik Helmet mal wieder so glaube ich wieder so ein komischer kein schöner ja leider trotzdem geht man natürlich hier mit mit Inbrunst gut ok Kralak und George im selben Team hier drüben ok so war es so gut wir sind es voller Blut das ist einer dieser dieser Reiter ich könnte auch einfach auf mich wetten einfach weil wieso nicht wir haben ja den Bonus dass wir mehr sogar rausbekommen oh ja hier drüber dass es ein 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 sieht aus als hätte er eine klasse Rüstung na komm schon ich kann mich leider auch nicht wirklich von ihm entfernen so richtig weil ich zu langsam bin ok Runde vorbei dasselbe Spiel nochmal ja Literary genau dasselbe Spiel nochmal wenn ich ihn nur treffen würde mit diesen wunderschönen Ausfallschlägen komm schon gib auf das ist besser als eins ok ok auf jeden Fall ein schütze alles auf uns alles auf uns ein bisschen langweilig schütze mal dasselbe gut gut jetzt habe ich auch noch seinen Helm hehehe so und weiter sechs renown und hat was die sowetten gewonnen jetzt sag mal ich habe das beim letzten mal gesagt aber wir haben nicht nachgeschaut oder wie viel wir eigentlich haben also clan renown das dauert zu lange wir brauchen mehr companions beziehungsweise wir müssen unsere Kinder müssen schnell erwachsen werden das ist natürlich auch eine alternative gehen wir kurz nach Draga und dann nach Gagia Donald ist wieder alles leer naja gehen wir mal schnell hier rüber so dann sind wir in unseren Ländereien quasi angekommen alles Dothraki Staff hier sind halt immer noch nicht vollständig hier und dann gehen wir gleich mal da oben hin und versuchen das zu entlasten so ist das ein das ist einfach nur weitere Burg ich bin hier offensichtlich ein Grenzbaron ja ja Miyamoto kann das hier verwalten ok so hier 10.000 kriegst du schon mal so was nimmt 20.000 dann bau das hier auf wir gehen derweil hier hoch schauen mal wie viele Leute das sind die da Garmad angreifen mehr Rekruten ok ja doll das war's für dich attack so wir werden jetzt einfach knallhart alle angreifen ach das sind äh wieder hier die diese Jungs hört ja auf hier meine Kableristen anzugreifen ihr Schweine da forest bandit meme Leute hier naja das muss man ihn lassen sie kämpfen tatsächlich bis zum letzten Mann zwei Leute dabei verloren die Kruppen noch Nobel Youth ausgerechnet schade das sind die richtig guten ist jetzt mein Gefangener Donald alles mitnehmen alles anheuern Sturmkriehen Levelups ohne Ende mehr Dottaki Nomaden mehr krasse Reiter sehr schön und alle sind aus der so gut wie alle sind aus der ersten Stufe raus das ist sehr gut zack ja das ist alles wahrscheinlich wieder sehr uninteressant ja ok also das Dorf ist gerettet können wir gleich mal wieder rekrutieren gehen hier oh wow genau so lobe ich mir das so viele noble Dottaki Helden ja das ist eine Karat ja von mir aus soll man eigentlich nicht machen wenn man ganz ehrlich ist 113 Influence jetzt gucken wir gleich mal auf der Karte so ein bisschen wo wir eigentlich jetzt noch hin müssen es ist doch nur noch das hier ach nicht hier weiß Lisi ist glaube ich das nächste Ziel am besten ich habe ein bisschen die Vorstellung dass die wieder uns angreifen werden hier vorne Junge Junge ok ja unsere Workshops sind sowas von wertlos aber ansonsten so Jones Army ist hier ist mit dem Prisoner bei Salo ja ich mache das einfach jetzt über da oben weil ich bin ja lernfähig durchaus auch wenn das manchmal nicht so scheint so Stonecrow Boys Stonecrow Savage einlaget noch sozusagen ja nehmen wir mit wie viele Leute könnten wir denn ja schon wir brauchen aber mehr Influence es nützt nichts Frage jetzt wie wir die bekommen und wir versuchen vielleicht mal an ihr hier dran zu bleiben kurzer Absicht nach war es so track ob wir irgendwelche ah ist auch ein Turnier ob wir irgendwelche Leute anheuern können äh taverne so jetzt haben wir natürlich ein bisschen äh zu viele Hyatt Spears jetzt hat ein paar Leute freizusetzen wo wollen wir noch rekruten äh tier okay die Stecklessen sind hier oben eins zwei die will ich ja nicht behalten ja diese Miliz Leute die sich nicht upgraden können sind nicht so geil so okay warte mal bis zum nächsten Morgen ich mache kurz das Turnier so das Finale wollte ich euch nicht wollte ich euch da nicht ersparen weil das ist wieder gegen George die vertrauen voll auf mich ja natürlich weil das ein Gläben-Duell ist so jetzt mal gucken wie George so ohne ein wird gegen oh shit verdammt so nimm das Junge die Rache endlich nach ihr Haren okay und ein weiterer super krasser Pferde boy hier ich denke den können wir gleich verkaufen und wir können ja nochmal schauen vielleicht gibt es ja jetzt irgendwas super tolles hier ich meine wenn das keine 480.000 wären dann würde ich es mir sogar knallhart kaufen ich meine das ist schon besser aber das ist sogar noch schwerer man muss sich ja echt irgendwann die Frage stellen ob man nicht doch lieber auf was leichteres wechselt so 47.000 hier erstmal alles mitnehmen kann es sein dass das Pferd ja 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 zack okay wir sind vollständig zwar nicht wirklich gut trainiert aber ich denke wir brechen jetzt hier mal nach im Nordwesten auf um zu schauen wir hier ein bisschen für Unruhe sorgen können das ist dann eigentlich echt ein bisschen blöd weil naja wir brauchen mehr Influenz um eine richtige Armee zu bauen oh oh guck mal hier Komoro ok 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 wir müssen den hier in die Enge treiben damit wir ihn erwischen naja flieh ruhig in den Wald ich bin da schneller als du ich kriege ihn nicht verdammt zu viel Kabelerie da unten das ist noch ein bisschen weit weg ja das ist natürlich echt doof die sind halt sehr schnell ja das kriege ich nicht so einfach außer sie machen halt irgendwelche echt richtig doofen Fehler das ist diese Orte wo ich nicht hinklicken kann die machen es nicht einfacher ich würde aber mal auf etwas weniger Geschwindigkeit spielen das würde vielleicht auch helfen treiben wir ihn vor uns her irgendwann wird da jemanden von unseren Freunden in den Arme laufen wahrscheinlich werden die anderen ein angenehmeres Ziel tatsächlich also die nicht reinen Horse Archer Boys ich sag ja wir werden die noch bis ans Ende hier bei uns her treiben ganz ehrlich wir werden uns hier mal dezent anschließen dass die uns auch nie rufen talk to other members was möchtest du da kann ich denn nicht jemanden schicken ne also ich werde jetzt nicht den Laufburschen hier für jemanden spielen talk to army leader we're meant to join your army so sehr gut jetzt sind wir offiziell Mitglied geil ist halt dass irgendwie 60% von den besten zu uns gehört naja 40% ja gebt dem what they wanted sie belagern weiß Ashigari ja lassen wir uns treiben von Jorah 1000 Mann so stark waren wir glaube ich noch nie ich finde ich über diese ganzen Rogue Dothraki hier there's no need for us to stay here let's go let's go genau was lazy muss fallen die Dothraki müssen vernichtet werden das ist glaube ich das letzte was sie noch haben oh wow ähm echt jetzt entscheide ich doch mal äh okay ist der Frau Sida schwanger also das scheint echt zu ach stimmt ich hab doch den Trait genommen ne ich hab doch den Trait dass ich fruchtbar bin ja okay macht Sinn oh durch das Sand da kommt Salo er will mitmachen er wollte eigentlich sein Ding selbst entlasten sie haben es eingenommen naja meine Chance ist es wieder zurückzubekommen sozusagen nur er hier ist stärker so ist das ja ich mir lange wir kleine Level 4 sind dann ist für alle wobei sage ich euch oh denn jetzt auch der Armee so ich melde ich noch wenn wir hier abstürmen sind alles klar da ist der Sturm lass mich kurz mal schauen ähm habe ich denn noch meine listige kleine Ex äh das ist eine gute Frage ne äh 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 ich nehme stattdessen das Arak auch mit das wahrscheinlich nicht ganz so krass ist weil es halt hier eine Kaler die Waffe ist aber hey let's go so wir sind sowas von bereit diese Menge an Unsullied das ist aber unglaublich kann ich euch auch sagen dass ihr diese Leiter ja nicht wirklich so ab sitzen ja die Charge macht genau das was es machen sollte es bringt die Leute dazu hier krass anzugreifen sauberer Arschtreffer die Belastung sollte erstmal hochgehen so sollte nicht ausgehen das sah auch sehr nice aus wie der Tütertasch hat einfach hup 19 Leuten indem wir hier was kommt die da weg zu machen das würde ich sagen vielleicht aber auch nicht da kam gerade Nachschub an die Bastard hier ja ich assaulte schon von der right side ich mach ja schon ich weiß nicht ob ich echt Angst dass wir hier nicht durchkommen ne einer weniger hier noch einer weniger wieder alles verballert ok wir gehen da jetzt hoch ja guck mal diese Typen die müssen nicht mal klettern die laufen einfach die Leute so krassklazir sind die die Leute sie 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 Das übliche Problem, dass wir hier nicht gescheit zuschlagen können. Die sind alle hier auf diesen Abschütt, ne? Tja, wir sind tot, weil der Kater gemeint hat, im wichtigen Moment übermeint, dass er tot zu laufen. Naja, das ist okay, ich schätze, die Leute schaffen das da oben sowieso. Okay, der Kampf ist gewonnen. Leider nur ein paar Gefangene und jemand, den wir hier groß anheuern können. Ein paar Verbesserungen. Wir haben zumindest so gut wie niemanden verloren. Large Bag of Botkin Arrows. Lauter dieser Pferdebarna unten der Kuh. Ja, klar. Wartum auch nicht, ne? Okay, bessere Athletik. Mid-Bot Regeneration. Oh wow, wir können diese Leute trainieren, während wir in den Settlements sind. Aber ganz ehrlich, meistens werden wir in der Gegend rumlaufen, deswegen nehmen wir das hier. So, wie wollen sie das denn jetzt geben hier, ne? Wieder an Zellor. If Jorah will decrease. Relation 0, 9. Ganz ehrlich, ich werde aber nichts sagen. So. Okay. Ist denn nach Prosperity irgendeiner von Online? Die sind, ich meine, das sind natürlich nur sehr, sehr schäbige Ideen. Äh, wieso? Ernsthaft? Ami wurde aufgelöst? Ne. Da ist Dannys Armee. Wie groß ist die? Viel kleiner. Ich würde gerne mal den Drachen sehen. Ähm. Dr. Army Lieder. Hi. Ich möchte der Armee beitreten. Okay. Ah, okay, sie hat doch wirklich ein Ziel da oben. Ratula. Ja, dann mal. Go, go, go. Vielleicht kann man uns dieses 480.000 Stück auch kaufen. Sieht doch momentan gut aus, wir werden nicht belagert oder sowas. Strong Bell war. So, Alter, Freund, jetzt mal genau 1.000 essen. Äh, warte mal. Ja, das Card Changes, ja, ja. Ah, nee, doch, wir brauchen genau einen. Äh. Wann Milizarcher. Warten wir lieber, bis wir bessere Angebote bekommen. So, auf geht's. Dieser Tag scheint nicht besser, dass schnell zu sein. Sieht halt echt cool aus. Okay. Zeit, diesen Ort am Ende der Welt zu belagern. So der Startsturm beginnt. Ich glaube, beim letzten Mal ist es schon mal gut. Naja. Außer dem Sterben natürlich. Must Breach the Walls. Das, äh, das, denke ich mir, ja. Nimm mal diese Leute hier. Und, äh, lasse sie chargen. So. Hier müsste jetzt irgendwo auch Danny mit ihrem Drachen sein. Ja, das ist das selbe, äh, Muster hier, was die Bestung angeht. Wie das eben. Jawohl. Komm. Schade, schade. Jawohl. Machen wir das selbe Spiel wie beim letzten Mal. Unterstützen hier. Wollen wir jetzt? Ehrlich gesagt, unsere Leute sind schon oben. Ich bin etwas, äh, überrascht, aber gut. Hier, das Arak. Ich bin etwas, äh, überrascht, aber ich bin etwas, äh, überrascht, aber ich bin etwas, äh, überrascht. 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 Shit. Die Typen von da unten erschießen uns noch. Versuch uns mal, die Rücken freizuhalten. Ich bin etwas, äh, überrascht. Der Aнал versucht abzuhauen. Guck guck. Geh auf. So, Leute, haben das hier genommen. Zeit, sich ins Götzüme zu stürzen. Das ist, als würden sie schon fliehen hier. Ja, sie retreaten in die Keep. Okay, das ist super. 12% des Loots nur. Ja, alle mitnehmen. Wir werden einige Leute upgraden. Diese Schwestern sollten wir uns noch angucken. Scheint aber Crossbowman zu sein. Äh, Schwestern. Hier, Sisterhood Follower. Galant Swordsister oder Veteran Swordsister? Ähm. Ich denke, hier bildende Bumpenschützen haben wir genug. Wir gehen mal auf die Bodentruppe mir. Stone Banner. Take me the attack damage. Na ja, nehmen wir mal mit. Ah, ihr kennt hier das Good Warming. Ah, sie zeigt tatsächlich Gnade. Haben doch ein paar Leute verloren. So, Nori. Ja, komm, nehmen wir mal alle mit. Knallhart. Die hätten wir jetzt schnell noch eliminieren können. Na gut. Machen wir weiter. So, wer bekommt jetzt dieses edle, äh, Domizil hier? Muss ich nicht, wir. Wir halten uns da raus. Salah wird immer stärker. Storm Crows. Na gut. Wie gesagt, wir wollen ja eine Stadt haben. Deswegen, die können das durchbehalten. Na, diese komischen Sachen. Das Gute ist, wir haben jetzt ja sogar mehr Gefangene, die wir eventuell immer mitnehmen können. Ja. Schlecht für die Moral, aber... Ja, Küt hätte ich gerne. Gather your men, we have another job. Ja. Warte mal, was? Sehr härter. Du hast keine Truppen, ist aber irgendwo da hinten. Achso, ist echt auf der anderen Seite. Die handeln immer noch vor sich hin drüben. Oberlin, Westerland und Sui auch. Die kennen gar nichts. Ganz große Klasse. So. Was ist dein Plan? Nicht was, Lazy? Oh. Effekt halfen. Broken Männer? Dahinter war halt eine riesige 700 Mann, starke Armee, ne? Die vorne uns davonrennt. 800 Mann. Viel Infanterie. Sie will die echt angreifen, ne? Die sind angeblich sogar stärker. Wow. Genau. Okay. Sehen wir jetzt vielleicht den... Da ist der Drache. Ich will die Drachen an. So. Wo die Sonne grüßt der Erde. Wo die Sonne grüßt der Erde. Das Rechte macht, ihr führtet uns aus dunkler Nacht. Ein neuer Morgen ist erwacht. Gegen wilde Reiter, stolz und kühl. Mit Stahlen hatten Herzen nur ein Glüh. Sie brachten Licht in tiefste Pfingsternis. Das Hauswort, das nie vergessen ist. Oh, all das Tapfer in der Schlacht. Für Freiheit und das Rechte macht. Ihr führtet uns aus dunkler Nacht. Ein neuer Morgen ist erwacht. Gegen wilde Reiter, stolz und kühl. Gegen wilde Reiter, stolz und kühl. Mit Stahlen hatten Herzen nur ein Glüh. Sie brachten Licht in tiefste Pfingsternis. Das Hauswort, das nie vergessen ist. Oh, all das Tapfer in der Schlacht. Für Freiheit und auf ewiger Wacht. Ihr führtet uns aus dunkler Nacht. Ein neuer Morgen ist erwacht. Die Sklavenketten brachen sie entzweig. Gaben Hoffnung, machten viele frei. Ihr Mut erhaltet in unserem Herzen wieder. Die Freiheit zieht als stolzer Sieger. Oh, all das Tapfer in der Schlacht. Für Freiheit und auf ewiger Macht. Ihr führtet uns aus dunkler Nacht. Ein neuer Morgen ist erwacht. Nun wendet sich das Haus gen Westen fort. Ein neues Ziel, ein wohlbekannter Ort. Doch ihre Taten leuchten hell und klar. Das Echo ihrer Siege wunderbar. Ja, das sind die Brashwalkers, klar. Ja, wie gesagt, die Willi zwei mal nicht unbedingt haben. Wunderbar. Das ist okay, wenn man die alle möchte. So, gehen wir jetzt hier plündern, oder wie sieht das hier aus? Ja, wir sind vielleicht besser geworden. Okay, dauntless deed. Get staggered while mounted. Das ist natürlich sehr gut. Plus, plus 5 Armor für alle. Wow. Wir machen das hier. Du hast 5 Panzerung auf jedes Teil. Was ist hier am Ende? Way of the Settle. Charge, damage and removing for every skill point above 250. Ah. Na gut, wir bräuchten mal wieder ein paar Punkte da. Gehst du jetzt echt den hier? Danny, das wird nicht funktionieren. Du bist zu langsam. Ah, sehr schön. Äh. Ja. Bleiben wir erstmal weiter dabei. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Du wirst ihn niemals bekommen. Na gut. Okay, ja, mehr hat sich aufgelöst. Ich will durch meine eigene Army starten und hier was Lazy mal einnehmen. So, Create Army. Sie kann ich nicht dazu ziehen, aber ihr seid alle hier... Ziemlich in der Gegend, würde ich behaupten. Salor hier. Die ganze Truppe. Kommt her, meine Freunde. Ganz bald hier mit null Leuten. Da ist die Koyago-Armee. Was ist denn da schon wieder los? So. Connect the old ways. Ich würde immer nur auto-surrender. Ja, Palais is over. Ja, wir sind gleich dem Vorteil. Natürlich viele Noob-Truppen. Ich hätte jetzt noch alle anderen da nicht rekrutieren sollen. So, Salor. Du führst die Infanterie. Du führst diese Bogenschützen hier. Everyone! Ähm. Everyone! Sergeant in Chavaly! Follow me! Die Kavaly kann mir folgen. Wir werden uns um diese berühmenden Bogenschützen kümmern hier. Gut gemacht. Das war hervorragend von mir. Dunkles hilft nicht wirklich. Und immerhin haben wir die hier echt gestuckt, ne? Das Geile ist, dass die echt mit ihren blöden Ardaks ständig unsere Leute hier wegbashen. Das ist immer noch einer von denen, ja. Au. Ja, das ist... Jagen die hier gerade meinen, meinen armen Mann hier, ja. Oh. Das sind die, die zwei, drei Leute, die noch überlebt haben, die hinter mir quasi hinterher reiten. Oh, das ist ihre Infanterie, offensichtlich. Naja, vielleicht aber auch nicht. Okay, ja. Was ich echt vermisse, ist die Mod, dass wir hier die Leute übernehmen können, ne? Ich hoffe, unsere Leute kriegen das hin. Die Balken leeren sich gerade in einer sehr ähnlichen Geschwindigkeit. Ja, das sieht doch schon besser aus. Ja, ja, ja. So, und zum Glück haben wir ja sehr gute Skills, was das Heilen und Leuten angeht. Zum Glück ist jetzt mein Gefangener und du auch. 70. 70 Gefangene. Äh. Äh. So, nur die... So, ich hab das Gefühl, dass wir viele Leute verloren haben. Also viele... Ihr habt ja auch viele Upgrades. Ähm, das waren Hyatt Spears. Gehen wir euch hier hin mit. Zack, 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 zack. 1800. Ja, ganz ehrlich, wir werden jetzt mal einfach alle hier anheuern. Auch wenn die jetzt nicht so optimal sind. Masterworks Traitspear. So. Jetzt müssen wir auf den Rest unserer Armee warten. Damit wir hier die letzte Belagerung mal rangehen können. So, wir machen mal hier einen Cut, bevor es noch zu lange wird. Es ist fast eine Stunde jetzt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ähm, nächste Folge dürfte, äh, wieder erst Ende der Woche sein. Also Freitag und, äh, Sonntag. Ähm, ja. Moment, Urlaub ist zwar jetzt vorbei. Ähm, aber... Ähm, aber... Das muss es, äh, naja, gamertechnisch, äh, bedingt natürlich so am Arsch, äh, dass ich die Woche erstmal fertig, fertig sein werde. Ähm, ja. Deswegen, sorry dafür. Ich hoffe, dass wir dann die Serie demnächst, ähm, ja, abschließend ist es gleich zu früh gesagt, auf jeden Fall weiter vorankommen. Ähm, aber ich komme halt zum Aufnehmen erst Mitte der Woche. Äh, und, äh, damit ihr zumindest die Vertragsfolge dann habt, das, äh, ja, hoffentlich am Donnerstag zum Schneiden und zum Tun und, äh, Machen. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen, äh, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Thorin. Gegenwilde Reiter, Stolz und Kühl Mit stahlen, hatten, Herzen, oder und Glüh Sie brachten Licht in tiefste Finsternis Das Hauswort, das nie vergessen ist Oh, water